Hallo und herzlich willkommen zur Kinderbibliothek, mein Name ist Wenke Bönig, ich möchte Ihnen heute dieses Bilderbuch von Anja Freudiger vorstellen, mein großer Bruder Mati, 2013 im Kölner Balance Verlag erschienen, in der Reihe Kids and Balance, umfasst 28 Seiten, hat Coverausgabe und kostet auch 14,95 Euro. Um was geht es in diesem Buch, also wir sehen das hier schon an diesem Aufkleber, es geht Kindern ADHS erklären, also es handelt sich um ein Bildersachbuch und die ganze Geschichte wird aus der Perspektive vom kleinen Bruder Julius vorerzählt. Und zwar sein großer Bruder Mati, den bewunderte er sehr, weil er sehr gerne mit ihm zusammen, weil er zum Beispiel auf so ganz große Mauern klettern kann, also ganz mutig ist. Gleichzeitig dass er auch ganz verrückte Ideen hat, so im Hinterricht, zum Beispiel einen Gartenschlauch mit Löcher zu versehen, der dann die Bewässerung Mutters Blumengarten besser verbessern soll. Aber auffällig ist auch, dass Mati bei Hausaufgaben sehr träumerisch wird und abgelehnt ist oder sehr schusselig als zum Stuhl umstößt oder bei einer Geschichte, wo er sehr lacht, die die Mutter erzählt, den Fernseher umwirft. Und wenn Mati einen seiner extremen Wutanfälle bekommt, heftigen Wutanfälle und den Julius beleidigt, beschimpft und Bücher rumschmeißt, dann ängstigt sich Julius. Und die ganze Familie ist da ratlos, weil dann auch noch die Lehrerin aufruft und meint, das geht so nicht weiter mit dem Mati im Unterricht, der stört und konzentriert sich nicht richtig. Und die stellen eben dann fest, dass Mati ADHS hat. Das stellt ein Psychologe fest. Und es gibt dann also Lösungsvorschläge, wie Mati und die Familie mit dieser Störung, mit dieser psychischen Störung klarkommen können. Und ich habe ja schon gesagt, es handelt sich um ein Bildersachbuch und Anja Freulinger hat das ganz perfekt gemacht. Also die hat aus der Sicht von Julius, was so eine Identifikationsfigur für die Kinder ist. Also die kriegen dann Zugang zu dem schwierigen Thema, was ja also das Kindgerecht für Kinder so einem größeren Kindergartenalter zu erzählen, umzusetzen ist, sehr schwer ist. Hat sie das wunderbar aufgebaut und erzählt die Geschichte perfekt in Wort und Bild. Also immer mit einem distanziert hat und gleichzeitig erfahren die Kinder ganz viel über diese Erkrankung. Also über diese unterschiedlichen Emotionen, immer starke Emotionen. Also diese Wut und gleichzeitig diese Freude und dieses Überschäumende, diese Unfähigkeit zur Konzentration und auch diese Hilflosigkeit von allen Beteiligten. Also nicht nur von der Familie oder von dem kleinen Bruder oder von der Lehrerin, sondern auch von Mati selber, der da völlig überfordert ist mit dieser Situation. Hier ganz eindringlich, wie Mati in seinem Zimmer nach so einem Anfall ist und hockt. Und er hat das Spielzeugauto oder Lieblingsauto kaputt gemacht. Er hockt da und man sieht diese Verzweiflung, man spürt die sofort. Und das macht sie, also die Autorin in dem Text wunderbar klar. Sie verschuldet nichts, aber sie erzählt das auch sehr gut. Und das ist, muss man hier erfordern, hier gibt es keine Schuldzuweisung. Also nicht im Sinne von, die Eltern machen was falsch in der Erziehung oder anderer Form, sondern es ist klar und nüchtern, aber es wird eben auch in eine wunderschöne Geschichte gekleidet. Und das zeichnet dieses Buch aus. Also vor allem, dass diese Emotionen so in den Vordergrund steht. Also auch hier diese Traurigkeit und Hilflosigkeit der Mutter und des Bruders, ob das Verhalten und auch diese Ratlosigkeit, was man denn nun tun kann. Und ebenso, es gibt dann auch eine Erklärung, was überhaupt das ist, was die Ursache für seine Störung ist. Das kann man hier auch wunderbar in dem Bild sehen. Das zeige ich nicht. Und gleichzeitig, also auch in diesem Text. Und ich lese mal so die erste Seite vor. Tag, ich heiße Julius. Julius wie Julius Caesar, der berühmte Römer. Und das ist mein großer Bruder. Er heißt Mati. Mati wie, hm. Ich glaube, Mati braucht keinen, der wie er heißt. Er ist schon allein ziemlich cool. Mati ist der mutigste Junge, den ich kenne. Er traut sich von ganz hohen Mauern herunter zu springen oder mit dem Roller einen ganz steilen Berg hinab zu fahren. Ganz egal, ob man sich dabei wehtun kann. Und wenn hier ein Erwachsener anmeckert, meckert er einfach zurück. Also merkt man sofort das Bewundernde, was Julius hat. Und dann kommt man mal an die Stelle mit dem Wutausbruch. Aber Mati sieht gar nicht nach Ideen aus, sondern ziemlich sauer. Er stellt sich vor mich hin und seine Augen werden schmal wie Schlitze. Und dann fängt er an zu schreien. Du Blödi! Du kannst ja nicht mal bis 10 rechnen! Du dummes kleines Baby! Stehst da rum und klotzt mich an! Ich muss Hausaufgaben machen, aber du störst ja immer! Ich will nicht, aber ich fange an zu weinen, weil Mati so böse ist. Ja, ja, heul nur und renn zu Mama, du Baby, du Blödes! rührt Mati hinter mir her. Mama ist draußen im Garten und pflanzt Blumenzwiebeln. Das macht sie immer, wenn sie wütend ist. Aber auch wenn sie traurig ist. Sie hackt und schaufelt mit solcher Energie, dass ihr Kopf fast schon so rot ist wie vorhin der von Mati. Aber man zieht dir an, dass ihr das Pflanzen gar keine Freude macht. Mati ist ein ganz gemeiner Blödmann, schimpfe ich. Und schaue auf die Löschwebein der Wiese. Mama seufzt. Ach Jojos, Mati ist gerade wütend auf die ganze Welt. Es gab Ärger in der Schule. Und man hat jetzt also aus diesen Textbeispielen genau gut erkannt, wie ganz klar und auf dem Punkt genau Anja Freudinger diese schwierigen Situationen, gefühlsmäßig und auch im Alltag, im Alltagsting, den erklärt. Ein wunderbares Buch, 5 von 5 Sternen gebe ich. Es ist glaube ich auch in Kindergärten gut geeignet oder für Therapeuten oder andere, die eben mit diesen Kindern, mit Adias zusammenkommen. Und ich empfehle es gerne weiter. Wie immer werde ich die Rezension in der Infobox verlinken und auch alle Informationen zum Buch. Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit Anja Freudinger aus meinem großen Bruder Mati oder mit einem anderen Kinder- und Jugendbuch. Bis zum nächsten Mal, Ihre Wenke Bönig.